Heute möchte ich Ihnen wieder einen Anwender des binären Codes vorstellen, der sehr gute Erfolge erzielt hat. Hallo, mein Name ist Markus und ich bin 19 Jahre alt. Vor drei Jahren hatte ich einen schrecklichen Unfall und bin seitdem an diesen Rollstuhl gefesselt. Aufgrund dieser Einschränkung ist es mir schwer möglich eine Stelle zu finden. Auch mein Traum Pilot zu werden ist in weiter Ferne gerückt. Ich fühle mich am Tiefpunkt meines Lebens. Aber eines Tages, es war im Herbst letzten Jahres, nahm ein Freund von mir mich mit auf ein Seminar zum Thema Brokerage und Devisenhandel. Ich war am Anfang sehr skeptisch, aber er meinte, die Selbstständigkeit könnte genau das Richtige für mich sein. Die Finanzwelt machte für mich gar keinen Sinn. Doch dort trage ich das Team von Binary Code und sie führte mich in die Geheimnisse des Devisenhandels ein. Schnell machte ich mit meinem Startkapital über 300% Gewinn. Natürlich, es war auch einfach den Binary Code nachzuvollziehen. Wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, dass ich Menschen selber zeige, wie sie mit Hilfe des Optionsmarkts ihre finanzielle Zukunft absehen können, hätte ich gelacht. Aber heute lache ich, weil es für mich das Schönste ist. Das Schönste ist, anderen Menschen helfen zu können, trotz meiner Einschränkung. Nun sollten auch Sie, meine lieben Zuschauer, keine Zeit mehr verlieren. Unter diesem Video finden Sie den Link zur Hauptseite, wo alles 100% kostenlos erklärt wird. 2 2 2 1 2